Versuch doch zu zaubern. Mein Bild ist schneller. Oh oh. Oh oh. So. Ja, ja, ja. Ich hab das schon gesehen. Komm ich da gar nicht hoch? Warte mal, wie springe ich nochmal hier bei Dark Souls? Okay, so. Ja doch, wusste ich doch, dass das klappt. Ah, hahaha. Okay. Ja, ich weiß. Das ist so ein bisschen cheesy. Aber wenn mir die Entwickler einen Bogen gegeben haben, warum soll ich ihn noch nicht ratzen? Upsa. Boah, in die Weichteile. Boah, in den Kopf. Oh, da unten kommt was. Ach nee, ist nur ein Geist. Okay. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Oder hinten haben wir auch noch. Ach, das ist so ein komischer Riesen-Ulga. Ich wette, hier gibt es noch viel zu entdecken. Oh, da hinten ist noch so ein Riesen-Ritter. Wieso ist das alles in Wasser gemacht? Das Level wäre so schön, wenn man nicht immer darauf achten müsste. Ich habe noch nicht mal wegen der Sirenen Angst. Ich habe einfach Angst, den falschen Schritt zu machen und direkt instant tot zu sein. Man kennt das ja. Und was bewacht der da hinten? Eigentlich macht das gar... Ach doch, da ist eine Höhle hinter. Wollte ich gerade sagen. Das macht eigentlich gar keinen Sinn, zu ihm zu gehen, weil da gar nichts ist. Okay, ich wusste, dass da irgendwo einer steht. Und dann kann ich da einfach hinlaufen? Junge, ich bin einen Meter vor dir. Das ist nicht die schlauste Entscheidung, dann anzufangen zu zaubern. Nur ein Auge offen halten, auf Sirenen achten. Was bist du für einer? Du siehst ein bisschen stärker aus. Du bist einer von diesen Drachen-Ritter-Dudes, oder? Ach, ich wüsste es. Das Level ist halt nah am Wasser gebaut. Du siehst, wo du runterfallen kannst und wo nicht. Dreh die Kamera ein wenig, damit du Löcher siehst. Ja, ich weiß. Man sieht, äh... Man sieht den Boden, da wo man nicht runterfallen kann. Ach, Mist, das war... War dumm. Was, der legt noch? Boah, der hat aber nichts mehr gehabt. Ich hab jetzt keine Lust, das alles wieder so langsam mit dem Pfeil und Bogen zu machen. Deswegen beeil' ich mich ein bisschen. Ähm... Ähm... Das war schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da unten auch lang laufen kann. Oh, mein Gott. Kann sein. Kann sein. Muss da eigentlich gehen, ne? Ich bin ne Magier hier. Oh, oh. Ich bin fast zurück. Oh, ich bin so dumm. Ich hab's von der Seite gefickt, oder? Ich hab's von der Seite gefickt, oder? Oh, die überleben manchmal genau diesen einen Schlag. Was man eigentlich meint, die waren schon tot. So, ich glaub, den zieh' ich zurück. Das ist dumm hier, gegen den auf der Brücke zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich... Kann den ja dich doch so locken. Naja, wieso soll ich gegen dich da hinten kämpfen, wo du den Vorteil hast? Ne? Kleiner Pisse? Oh, der hält auch einiges aus. Doch, den mach' ich jetzt hier mal schnell im... Vorbeilaufen. Ach, f**k. Hab' ich noch gerührt. Oh, f**k. Das war knapp. Uh oh, kein Ausdauer. Dumm. NICHT. NICHT. Waah, will ich noch mehr Distanz zwischen mich und ihnen bringen. müssen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg gegen den Ziegendämon ein weiteres Mal. Ich will ihn aber besiegen und ich würde der Bewachter hinten irgendwas, was sich lohnt. Vielleicht sogar irgendwas, was ich brauche. Ich will mal schauen, kann ich hier lang? Ach, da war ja der Dicke. Ach, ich wollte noch ausweichen. Da die Frage, was ist nerviger? Der Dicke? Oh Gott! Okay, da ist auch eine von denen. Na gut, die muss ich sowieso machen. Die hier. Hm. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, an ihm vorbeizulaufen einfach. Ist auch eine Möglichkeit. Weil ich sei auch anfällig gegen Feuer. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mehr anwesend sein? Ich stehe direkt vor ihm. Der Feuer macht dem Ort nichts. Gift könnte ich noch versuchen. Und vergiftet habe ich ihn. Das ist jetzt rein theoretisch. Äh, nur noch warten, ist übertrieben jetzt. Viel zu viel HP. Glaub ich. Glaub ich. Ein bisschen backstabben. Du kannst nicht mal. Tschüss. Ich habe schon Sprinte. Hier haben wir eine Tür. Nein! Verschlossen. Ich habe es mir irgendwie gedacht. Oh nein. Scheiße. Ich habe es mir fast gedacht, dass die blöde Tür verschlossen ist. Ach, das ist dumm gelaufen. So Leute, ich würde sagen, ich mache mal für... Mache ich für 10 Minuten Pause? Ach komm, wir holen... Wir machen es nochmal. Ich würde nämlich gleich mal eine Pause machen. Ich muss was essen. Nein! Ach, zu spät. Alle Zauber. Aber nicht mit mir. So, hier haben wir noch die blöde Räne. Ach, Mann. Ich stelle hier aber gerade dumm an. Ich glaube, das war ein bisschen Pech, dass sie mich da noch erwischt hat. Ist ich hier überhaupt irgendein? Bin ich totaler Quatsch, oder? Uh, links, rechts. Okay, jetzt stelle ich, glaube ich. Au, au, au. Das war nicht gut gemacht. Ey, wieso läuft der denn nicht? Was war das denn? Das war aber gerade super komisch. Er hat nicht das gemacht, was ich wollte. Zu träge. Was? Ey, das war ein Zentimeter. Wenn ich sie da verfehlt habe. Gut, ich weiß aber jetzt wenigstens, wo es lang geht. Nicht dahin, wo der komische Ritter steht. Und dann hier geht's weiter. Ach, Mann. Wieder der gleiche Fehler. Nur, glaube ich, ein bisschen zu, ähm, zu voreilig. Äh, ekelhaft hier. Wieso sinkt die eine nicht mehr für mich? Hier könnte ich sie richtig gut gebrauchen. So, ich denke mal, mein Ziel ist, äh, da hinten. Hat die es noch geschafft zu zaubern, ne? Die Sau. Lebt sie noch? Nein, tot. Okay, die Zauberinnen kann ich jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Deswegen mache ich die von hier aus schon mal platt. Upsa. Das ist doch weiter weg, als ich dachte. Äh? Ist das gar keine Zauberin? Okay, das scheint irgendwie eine Statue oder sowas zu sein. Die in den Dickmops da muss ich auch nicht unbedingt kämpfen. Sind hier noch Sirenen rechts und links? Ja, da ist auf jeden Fall eine. Die sehen aber auch gar nicht weiblich aus, ne, diese Sirenen. Ich meine, okay, vielleicht sind es auch keine. Die sehen ziemlich hässlich aus. Das nehme ich doch gerne. Ich wette, da kann ich nicht hin, oder? Nein, doch. Oh nein! Oh nein! Wer lacht denn da so? Okay, da hinten ist ein Nebeltor. Habe ich hier vielleicht nochmal einen Bonfire? Das wäre super. Es sieht genauso aus hier wie die andere Welt, ne? Wo die eine gesungen hat. Nur, dass hier niemand sinkt. Ich wette, hier gibt es nach rechts und links abseits des Weges ein paar Sachen, die sich entdecken lassen. Ich bin von da gekommen, glaube ich. Den Riesen könnte man noch besiegen. Und dann geht es wahrscheinlich da drüben. Gibt es noch irgendwas Nettes zu holen? Ich bleibe aber erst mal hier auf dem Pfad. Oh, oh, oh. Vielleicht gibt es auch noch. Und hier habe ich doch eben noch einen Magier gesehen, glaube ich, oder? Da hinten steht einer. Da stehen auch welche. Die bewachen auch schon wieder so eine Wurzelhöhle. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der Wurzel da hinten noch einen Bonfire gibt. Ups, falsche Taste. Ups, falsche Taste. Sie hat sich zu sehr drauf verlassen, dass der erste Schuss trifft. Aber selbst der hätte nicht getroffen. Oh, aber der hat getroffen. Hat der erste auch getroffen? Und ich habe es nicht gemerkt. Gucken, ob ich den anlocken kann. Dann kann der Amy nämlich direkt den Weg zeigen. Okay, er läuft so ein bisschen kurz und quer. Also nicht ganz gerade. Aber fässt er einfach dumm. Dann mache ich das gleiche nämlich da hinten auch nochmal. Hat er keine Magierin bei sich? Doch, die steht hinter ihm. Ups, nein, jetzt habe ich die getroffen. Wollte ich gar nicht. Habe ich die auch noch in der Backe? Oh, ich habe es. Ich habe es gerade noch gedacht. Nicht, dass ich jetzt dumm sterbe, weil ich genau dann so einen blöden Pfeil in den Rücken bekomme, wenn der Typ bei mir ist. Und genau so ist es gewesen. Oh, nein. Oh, nein. Bisschen nervig das Gebiet, muss ich sagen. Ich glaube, diese Magier, äh, diese Magier sowieso nicht so gerne als Gegner, weil die einfach nerven. Wobei er so ein richtiges Nervgebiet Ah doch, ich hatte so ein richtiges Nervgebiet schon hier bei Dark Souls 2. Weil meistens gibt es immer so ein richtiges Nervgebiet. Äh, wie zum Beispiel, ähm, in Saxos 1 war es ja die Schandstadt. Wo, glaube ich, jeder Spieler keinen Bock drauf hatte. Und das Schattenstadtpendant hatte ich, glaube ich, hier schon im Dark Souls 2. Oh! Okay, du willst es nicht anders. Boah, immer schön in den Kopf. Nee, noch. So, den hinten könnte ich so easy. Den könnte ich vielleicht noch machen. und dann geht der irgendwie nicht nach vorne. und dann muss ich mich da nicht beide gleichzeitig erledigen. Okay, dann muss ich mich da nicht beide gleichzeitig erledigen. Und weiter geht's. Wie habe ich das eben nochmal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier geht's aber tief runter. Da bin ich eben nicht lang gelaufen. Hier bin ich lang, genau. Oh! Sirene. Hier ist die Tür dazu. Ich habe die Tür eben aufgemacht. Da oben. Okay, das hole ich mir auch noch. Hier wird auch eben auch der eine Typie, der Milchstern auf einmal eingelaufen hat. Wo ist der denn? Da kommt er. Ah, ich habe es fast befürchtet. Beim rückwärts bei der Rückhand hängen bleiben. in der Wand. So, da sind wir wieder. Ich, so, jetzt würde ich mir zuerst die Magier rinnen. Ach, nein, jetzt kommt der doch. Sie habe ich, oder? Ja. Hallo. Nein, was mache ich? Ach, dumm. So was regt mich dann wieder auf, ne, dass ich hier in meinem, in meiner Hektik wieder irgendeinen Scheiß baue. Ich würde die Kamera gerne ein bisschen weiter weg zoomen. Aber, das ist bestimmt bewusst so gemacht, dass es nicht funktioniert. Jetzt habe ich die getriggert. Das passt mir eigentlich auch nicht so. Ach, dumm. Durch den Seelenfall gerollt. Gibt sie noch? Nein, sie ist tot. Okay, sehr gut. Dann will ich jetzt hier mal gucken, was wir hier in der Höhle haben. Hier ist irgendwas so fieses. Auf jeden Fall sind hier ein paar Leute gestorben. Es ist dunkel hier. Ach, nee. Hier ist ein Riesenhippo. Die sind richtig mies. Die Typen. Die sind richtig fies. Oh, er hat mich. Ich bin doch extra noch weggerollt. Ich tot. Ja. Fuck. Sieht aber nicht so aus, als gäbe es hier ein Bonfire. Sondern nur irgendein Gegenstand. Es tut sich gerade nicht viel. Ich komme nicht so schnell weiter, wie ich es mir wünsche. Ich sterbe sehr oft. Aber, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Ja, wir haben jetzt halb drei. Pause heißt, ich werde ein bisschen länger Pause machen. Ja. Ja. Ich werde, ähm, lasst mich überlegen. Ach, ich weiß es noch nicht. Wer es noch nicht tut, folgt mir auf Twitter. Da werde ich auf jeden Fall posten, wenn ich wieder online bin. Ich werde den Stream, äh, beenden so lange und nicht auf Pause stellen. Deswegen, ähm, kann sein, dass es was länger dauert. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle, die jetzt zugeschaltet haben, auch die stillen Beobachter, die sich bisher nicht zu Wort gemeldet haben, äh, später auch wieder einschalten. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob morgen oder später, ob es weitergeht, äh, hier bei Dark Souls 2. Und, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, lasst ein Glöckchen da, drückt mal aufs Glöckchen und auch auf Twitter gerne, äh, vorbeischauen. da gebe ich meistens bekannt, ich glaube, heute habe ich es sogar vergessen, bekannt, ähm, war nicht Streamer. Ja, und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen konzentrierter bin, dass wir ein bisschen schneller vorwärts kommen, als jetzt gerade im Moment. Es hakelt doch ein bisschen. Also, dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Headshot Headshot Headshot